Handy-zu-Handy-Aufnahme? Ja. Jetzt ist dich von oben, jetzt bist du zu sehen. So, weiter, weiter spielen. So, jetzt ist der Anschluss. Da kannst du nämlich unter dem Video unterschreiben, bei so und so viel zeigen wir die Anschlüsse. Warte mal kurz. Da setze ich mich mal hin. Ich habe eine bessere Idee. Hast du das Android-Tablet dabei? Das habe ich jetzt nicht dabei. Aber ich kann hier LMMS drauf machen. Das ist ein richtiges, komplexes Programm, wo du Musik drauf machst. Das ist kostenlos und auch kein Crackit oder irgendein illegaler Scheiß. Ja, das ist gut. Weil dann lad ich das nämlich jetzt hier runter. Ja, genau. Und dann kann ich das nämlich hier auf dem Tablet machen. Genau. Machen wir so. Und das Video, das guckst du dir dann mal an. Aber die Melodie, die liebe ich. Hör dir die mal an. Jetzt muss ich mein Fahrrad nochmal kurz aufnehmen. Hier, Burger King, mit Burger King weiß, dass wir hier sind. 239 K, also ein Viertel Gigabyte haben wir jetzt schon wieder. Jetzt bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und noch mal ein bisschen Werbung für Burger King. Ja. 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 Ja.